so einen fußballschädel wie ich jetzt glatt rasiert und da bin ich ja mit klaus beutel und ich sind drei kahlköpfe muss er dir alles nachmachen mit dem beutel naja der beutel hat wohl auch gelitten achso wir müssen ja gleich hier rüber so das ist ja easy hier ne würde ich sagen ja wir müssen aufpassen von vorn kann was kommen im beutel möchte ich gerne noch mal sehen achso streamt der beutel eigentlich da ist auch nicht was mit dem los ist ne ne der streamt schon ab und zu also recht häufig in letzter zeit glaube ich aber ich meine jetzt aktuell dann können wir jetzt nämlich wenn wir ja durch sind können wir doch noch mal beim beutel rein reden ist er da? ich weiß es ja nicht achso Matze wollen wir hintenrum dann ganz safe achso ich bin jetzt schon durch ja ja das meine ich ja also genau da wo du lang gehst also hintenrum nicht hier vorne ja natürlich wir müssen bloß hier vorne am greenskin raum aufpassen ich hätte sogar hier gecrossed aber vielleicht nicht okay dann gehen wir mal mit Matze lang achso du meinst ganz ganz hinten ja weil das ist ja nicht safe hier das ist ja naja ich hab keine lamme an der kniffte ich hab ne lampe dran ne ich renne wer rausgebremst das gebüsch ich bin direkt hinter die Matze musst bloß aufpassen beim beim checkpoint die Scavs sind halt ja die haben mich schon gesehen passis lass uns hier durch schnell ich geh vor okay wir müssen uns jetzt auch spuren nicht dass ein sniper oben auf dem hügel liegt richtung tanker ja benji ja oh benji benji moin grüßer moin dann müssen wir doch noch ein raid machen oh wir wollten gerade feierabend machen ja wir sind müde wir müssen aber nicht wegen hier jetzt der welt einreisen aha hier komm mal mit so hier lang da ist der lkw der transporter den musst du hier ist der transporter denn du ja mach ich grad dran ja 30 sekunden muss ich jetzt warten muss ich mich jetzt auch hier aufhalten ne ruck dich irgendwo in der ecke da in der ecke da da hinten boi du hast fenrio hast du ihn schon gesehen ja ach ja gut wenn er streamt ja dann schadet er es auch nicht streamt Mist ich höre links hast du bewegst du dich? ich beweg mich ja okay fertig okay gut ja müssen wir uns jetzt durch kämpfen ne gehen wir zb013 raus gehen wir einfach hier machen machen den strom an ja und gehen dann hinter gold oder? ja das ist kurzes weg ich bin mir nicht sehr ja jemand aufm enthalten von euch? ja ich ja ist ok wohnen wir durch den raum hier oder? ja ja achso privatfotos siehste benji hier was denn? hier ist ein skep hat der fotos geschickt wie er wieder nackt rasen mäht wobei das war gar kein skep war das ein skep? das war ein spieler oder? sah wie ein spieler aus zumindest hat er sich so bewegt oder? ja ich wollte gerade sagen hier ach du scheiße der arme level 2 achso ich hab ein bambi getötet schande über mein haupt ich hab da vorne wer kriecht? da vorne rennt auch noch einer oder? da vorne rennt einer ja höre ich auch seid ihr schon drin? da schießt einer glaube ich oder? wer schießt? ich? ich bin rüber hört sich an als hätte einer ich bin drin ich bin hinter euch als wäre einer durchs gebüsch gekrochen oder so im sand rum hab ich auch gehört ein samurai brauchst du ja nicht mehr da stand ja den auf nein ich hab nur den typen gesehen dass das ein level 2 war da hab ich mich schon was auf hier draußen ist irgendwas samurai da hörst du was? ja 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 das holen wir das holen wir liegt? wahrscheinlich bei seinem armen Kollege auf level 2 oh nein das ist auch ein bambi oder? warte mal halte alter keine mo- du hast mich getötet das ist ein bambi level 3 scheiße ich hab meine max meine max vergessen ich idiot das war voll die kinderschändung hier gerade das war voll die kinderschändung hier gerade fengi das darf keiner sehen fenrir ich danke dir wir sehen uns bis dahin meiner schlaf schön guten nacht wünsche ich dir auch alter Junge ne hat er wenigstens was da oder nicht so? nein ich hab ihn alles ich hab da nur also du kannst in seinen Dock take weil du hast ihn letztendlich mit dem Schuss geholt kannst du gerne nehmen ne Pistole oder sowas? ja der hat ne Pistole der arme Makarov also ganz üble Nummer ach so ganz üble Nummer das sind Anfänger die armen Schweine ich geh mal hier das Ding anmachen ne? ja geh hinterher oder willst du alleine anmachen? soll man mitkommen? nein nein bleib da bleib da wo ihr seid ich geh mach an dann gehen wir hin durch Oldcast Station raus ok ich decke mal hinten die Tür oh wer hat geschossen hier? wir nicht ich nicht nicht ich komme hinten durch SOS weil irgendein Sniper auf mich geschossen hat von der anderen Seite und dann nicht raus ja da ist der Matze ok komm mit hier hinter evil einfach hier hinter laufen ins dunkle rein so ich mach jetzt hier die Tür aus hinten ja wir kommen dann hinten raus ich bin schon fast bei Oldcast pass auf pass auf da war irgendein Sniper der hat mich beim reingehen versucht zu snipen aber von hinten oder? ne von vorne hatte ich das Gefühl ach so ich ach so nein 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 das war nicht der Sniper vom Link oh hier sind noch Skeps ok 1. liegt 2. liegt vorsichtig evil die können auch die können auch stinkig sein die Skeps ich weiß jetzt sind sie jetzt sind sie stinkig hier ist noch ein CMS wenn du brauchst nehm ich mal mit ah und was zu trinken sogar hier auf dem Boden gönn dir ach Samurai ist schon vorn ja ja der hat ne PPSA nix tolles ich geh rein und guck ob da noch einer ist du willst bloß Loot nein 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 ich geh nur unten safe ich spüre es auch also hier ist schon mal einer rausgerammt wir sind hinter der Tanker am Blown Zone ja ich bin auch da jetzt wo wollen wir? ja ist hier schon gelootet? ja hier ist gelootet im letzten Jahr im letzten Jahr bin ich hier gestorben weil ich nicht wusste wie der Generator wo der Generator ist aber hier den Step ist nicht gelootet wie meinst du das? ach du wusstest nicht wie man den anschaltet? wo der ist genau und dann bin ich hier mit Verletzungen mit Verletzungen ja nichts wildes aber paar Sachen weißt du es jetzt? ne werde ich jetzt gleich sehen denke ich mal achso den Generator hat er ja schon angeschaltet das dann hättest du doch nochmal mitgehen müssen ach ok wo ach der war da hinten oder was? mhm also in einem Raum in einem Haus schräg gegenüber erste Tür vorne wenn du da reingehst direkt links naja kann er sich jetzt nichts vorstellen wunder da dann muss ich ja hier mal angucken ausgänge ausgänge gibt es einfach ausgänge custom sein dann ach du Spieler Spieler links von uns liegt ist der mal noch der ist der mal noch einer scheiße ich seh ihn nicht links hinterm Waggon irgendeiner hat geschrien einer liegt einer liegt und den? der andere ist hier direkt direkt hinter den Waggons ne warte ich einen nade einen nader zwei liegen zwei liegen schon gleich waren sie zu dritt ich geh links rum ich komm mit dir mit links jetzt bitte keinen nades mehr schmeißen oh ne nade kommt zurück oh ich seh ihn ich seh ihn der ist bei euch auf der rechten Seite es sind noch zwei es waren vierer Gruppe ich bin tot wo sind die wo sind die hier? dritter ist tot dritter ist tot genau auf der anderen Seite der ist beim Bagger ich bin down drei sind aber down der ist beim Bagger direkt der ist gehittet den kannst du nehmen sehr geiler fight sehr geiler fight ich hab den Bär mit weg gehauen oh alter gas minus oh geil 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 dann haben wir alle ne? vier Leute geil richtig geil richtig geil Matze das musst du mal zum Video machen ja das war gut richtig geil da ist noch ein Fünfter wartet Alter von was mega mega mit Mist. Das war doof von mir. Tot? Ja. Ich habe ihn noch bei einer übergejackt und dann wollte ich ihn pushen. Mist. Wow, war mal meine richtige Auseinandersetzung zum ersten Mal so richtig? Ja, saugeil. Aber richtig geil. Ja, saugeil.